Hallo liebe Kinder, heute machen wir eine kleine Kopfrechenübung. Zu den kleinen und großen Aufgaben. Wie heißt folgende Zahl? Du weißt es sicherlich, es ist die 13, richtig. Ein Zehner, drei Einer. 10 plus 3 ist gleich 13. Wir rechnen 13 plus 4. Ich lege vier Steine dazu. Eins, zwei, drei, vier. Was ist 3 plus 4? Richtig. Sieben. 3 plus 4 ist 7. Dann ist auch 13 plus 4? 17. Wie heißt diese Zahl? 11. 11. Richtig. 10 plus 1 ist gleich 11. Ein Zehner plus ein Einer. Rechnung. Rechnung. 11 plus 8. 8. Wie heißt das Ergebnis? 19. Richtig. 1 plus 8 ist gleich 9. Dann ist 11 plus 8 19. Wie heißt diese Zahl? 13. Richtig. 1 Zehner. 3 Einer. 10 plus 3 ist gleich 13. Rechne aus 13 plus 7. Was ist 13 plus 7? 20. Richtig. 3 plus 7 ist 10. Dann ist 13 plus 7 20. Wie heißt diese Zahl? 12. Richtig. 10 plus 2 ist gleich 12. Rechne aus 12 plus 2. Ergebnis? 14. Richtig. Wie heißt diese Zahl? 16. Richtig. 10 plus 6 ist gleich 16. Rechne. 16 plus 3. Ergebnis? 19. 6 plus 3 ist 9. Dann ist 16 plus 3 19. Wie heißt diese Zahl? 18. Versuche die Zahlen auf einem Blick zu erkennen. Du weißt, da sind 10. Im ersten Schiffchen 5. Und 5 plus 3 gibt 8. Also heißt die Zahl 18. Rechne aus 18 plus 2. Ist gleich 20. Richtig. Wie viel ist 14 plus 1? Wie viel ist 14 plus 1? Du kannst es dir so erklären. Wenn 14 plus 1 15 ist, dann kommt es daher, weil hier der kleine Bruder, sag ich immer, drinsteckt. Decke die 10 zu und berechne 4 plus 1. Das weißt du schon lange. 4 plus 1 ist gleich 5. Daher ist 14 plus 1 15. Ich erkläre dir das am 20. Feld. Wenn 4 plus 1 5 ist, dann ist auch 14 plus 1 15. Wie viel ist 14 plus 5? 14 plus 5 ist gleich 19. Warum 19? 4 plus 5 ist gleich 9. Daraus folgt 14 plus 5 ist gleich 19. Am 20. Feld erklärt 4 plus 5 ist gleich 9. Deshalb ist 14 plus 5 19. Wie viel ist 12 plus 3? Du weißt, 2 plus 3 ist gleich 5. 5, richtig. Deshalb ist 15. Deshalb ist 12 plus 3 15. Am 20. Feld erklärt 12 plus 3 ist gleich 15. Denn 2 plus 3 ist gleich 5. Wie viel ist 16 plus 4? 6 plus 4 ist gleich 10. Richtig. Daher ist 16 plus 4 20. Am 20er-Feld erklärt 16 plus 4 ist gleich 20, da 6 plus 4 10 ist. Wenn ich dieses 10er-Feld zudecke, habe ich nur die eine. 6 plus 4 ist gleich 10. Dann ist 16 plus 4 20.